Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Erde berühren, eine frische Brise über die Felder streicht und die ersten Leute eintreffen, erwacht langsam das Leben auf unserem Hof. Ganz gemächlich beginnt das große Wuseln in den Stallungen und auf den Wiesen. Hühner beleben die Landschaft. Sie scharren, sie graben, sie picken oder flitzen hin und her. Hühner brauchen den Freiraum unserer großen Flächen und weitläufigen Wiesen. All das und bestes Bio-Futter sorgen dafür, dass unsere Eier wertvoll und so schmackhaft sind. Für uns ist jedes Ei etwas Besonderes, keines gleich dem anderen. Aus diesem Grund liegt von der Aufzucht der Küken bis hin zum Verpacken der Eier alles in unseren Händen. Frische Eier Hausgemachte Nudeln Und leckerer Eierlikör werden liebevoll in unseren Verkaufswagen eingeladen. So kommen unsere Produkte auch zu Ihnen. Ob in den Einkaufsmarkt, auf den Wochenmarkt oder nach Hause. Orangensaft, gesundes Müsli, ofenwarme Brötchen. Dabei darf eins natürlich nicht fehlen. Frische Eier von Sonnenei. Ein neuer Tag beginnt mit einem guten Frühstück. Die Natur liegt uns am Herzen. Und das nicht erst seit heute, sondern seit über 80 Jahren. Deshalb sind wir stolz darauf, einer der ältesten Bio-Betriebe Deutschlands zu sein. Weil das so ist, können wir mit gutem Gewissen sagen, weil's mit Liebe besser schmeckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017